Pause zu Ende und das heißt weiter geht's wir müssen jetzt durch diese enge durch dies enge Loch Kabel okay haben wir zuverlässig Nautilus? Ja wir haben Nautilus Rollen 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 wir sind hier in der Kypter Hey Kreditor ist auch eigentlich so mächtig der könnte sich doch eigentlich auch in Nautilus verwandeln was war das? Schluck auf Scheiße ich habe mir gerade paar Bananen reingepfiffen jetzt müsste es eigentlich gehen ins Markt Gott ich höre schon Ex-Menschen müssen halt diese Ex-Menschen überall sein kann ich mich auch mal nicht in Frieden lassen oh Moment mein Ohr kratzt ok weiter geht's ok wir sind ein paar das ist nicht gut gut und äh was ich noch sagen wollte noch zwei Wochen dann sind Tränen dann heißt das ich bin in den U-Lauf und das heißt keine Let's Plays mehr obwohl meine Let's Plays sind ja sowieso schlecht Scheiße das ist ein Fehler Scheiße das ist ein Fehler Scheiße das ist ein Fehler oh Level Aufstieg Booyaka Booyaka Okay ich könnte ja auch äh ich könnte Booyaka sagen oder Bukake die Jungen von euch müssen das eigentlich wissen was heißt Jungen von euch ich bin jetzt auch nicht der Älteste oder er findet dass ich alt bin ist 15 alt freunde sagt mir ist 15 alt ex menschen noch mehr wer hat das gedacht dass ex menschen in diesen tempeln sind wir haben ja noch keine gesehen man will nicht zack irgendwie sind wir schon ein bisschen besser geworden nicht mehr wir sind jetzt aufgewärmt das heißt schon mal gutes ok ok das ist ein fehler das war eigentlich gut ich habe so keinen bock mehr weiter zu gehen irgendwo müsste ich hier der schalter sein da unten sind die überall hier ist kein schalter keine keine winde meint ich hier muss sehen wo der was ist hier die klingen wie doch ja hier müssen die sein ja ein priester ja 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 der priester habe ich mal jetzt kein bock wenn er jetzt der priester jetzt kommt die scheie ja so kein bock auf den priester egal ich gehe und er trifft mich nicht fach scheiße habe ich mich erschreckt scheiße ich muss hier raus ich muss hier raus scheiße Was ist das denn für ein Bullshit? Scheibenclaster. Oh, wenn jetzt hier noch einer hochgeht, ey. Ich lasse aus. Oh, Untrotakiga, der ist... Wirklich an der Kaliber, jetzt. Guckt, wie viel Schaden wir ihn machen. Fast gar nichts. Aber die sind schon stylisch aus, die Untoten-Kiger. War ja klar, dass Panja beide so welche Untoten-Kiger machen. In Agostik 1 waren ja auch Untote-Kiger oder Untote-Schamanen oder so. War ja okay. Fand ich eigentlich extrem cool. Jetzt hoffentlich kommt jetzt nichts und überfällt mich jetzt. Wenn ja, dann müsste ich jetzt weinen, ey. Weil ich kann gar so nicht, ey. Ach Gott, du bist so ekel. Ja, seht ihr, wie viel Schaden der macht? Bastard, Alter. Bastard. Ach Gott. Geht's hier irgendwo nach oben? Nein. Ich muss jetzt aufpassen. Ja, Schamane, 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 Schamane. Schamane, 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 Schamane. Die Schamane sind schon blöd, ey. Tink. Tink, schneller, Mann. Ach Gott, ey. Ich bin jetzt schon voll im Arsch, Alter. Ziehen muss man in Heilpott sein. Ein großer Heilpott, natürlich. Ne, das war ein mittlerer Heilpott. Ach, das war schon mal wunderbar. Echsenkriege, äh, Priester meinte ich. Hm? Jawoll. Schmeißen wir ein paar Heilpottseine. Wie CK das immer gesagt hat, ja. Wie gesagt, äh, CK war mein erster Let's Player, den ich geguckt habe. Das war wirklich, ey. Leider macht er nicht, jetzt nicht mehr so viele Let's Plays. Das finde ich jetzt, das finde ich schade, aber. Nun gut. Er ist trotzdem einer der besten, äh, wie. Ich finde, einer der besten Let's Player. Gong und so. Sind auch voll die geilen Let's Player. Äh, Let's Player. Äh, 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 Gong, äh, German Let's Fails. Äh, ein geiler Let's Player. Der, äh, Debitur habe ich auch mal geguckt. Ist eigentlich auch eine wunderbare Bursche, der, ähm, ja, sag ich, wie soll man sagen, eine Let's Player Familie. Ah, und da ist jetzt die Winde. Das heißt schon mal was Gutes. Torwächter. Diese, diese scheiß Wächter. Ja. Und jetzt kommen die alle angehörnt, ne? Springt doch. Ich bleib lieber bei denen, ey. Bin ich sicher. Los, meine Freunde.